Herzlich willkommen bei der Raiffeisenbank Banken mit Geschäftsstellen in Gommiswald, Kaltbrunn und Utsnach. Seit 1901 sind wir in der Region fest verankert. Unsere rechtlich eigenständige Bank mit örtlichem Verwaltungsrat zählt über 6000 Genossenschaftsmitglieder. Die Kunden schätzen unsere freundlichen, kompetenten und motivierten Mitarbeiter. Sie schätzen das breite Dienstleistungsangebot am Schalter, Bankomat, BI-Banking und das direkte Gespräch. Persönliche und langfristige Kundenbeziehungen sind uns wichtig. Unsere Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen beraten sie vor Ort persönlich, professionell und umfassend. Unseren Kunden bieten wir moderne Beratungszonen mit vielfältigen Dienstleistungen, die auch nach Schalterschluss rund um die Uhr benützt werden können. Die alljährliche GV ist stets auch ein Volksfest. Nach dem offiziellen Teil kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. In der Raiffeisen Arena konnte dafür ein ideales Gebäude gefunden werden. Kommen Sie zu uns. Wir treffen Entscheidungen vor Ort und zeitnah. Sie werden die Teamdynamik der Gesamtbank bei uns ganz deutlich spüren. Die Raiffeisen Bank Banken unterstützt auch die örtlichen Vereine und Anlässe und trägt so zu einem aktiven Dorfleben bei. Schliesslich sind wir auch Ausbildungsstädte. Hier erläutern unsere Spezialisten, wie ein Fondsparplan funktioniert. Laiffeisen Bank Banken – wir sind auch für Sie da.